Musik Herzlich Willkommen zum Sport hier bei RTS. Ein Jahr nach dem Erfolg der Buckelpisten Challenge veranstaltete die Buckelpisten Queen Melanie Meilinger gemeinsam mit dem TVB Mühlbach und dem Living Room Hochkönig Camps für alle skibegeisterten Sportler. Egal ob jung oder alt, groß oder klein. Red Cards ready, Blue Cards ready, Attention, go! Bei den Buckelpisten Camps in Mühlbach am Hochkönig ist jeder herzlich willkommen, egal ob blutiger Anfänger oder anerkannter Freestyle-Profi. Der Spaß am Skisport steht wie immer im Vordergrund. Also die Hochkönig Buckelpisten Camps, die finden heuer bereits zum zweiten Mal da am Autohaus bei uns in Mühlbach am Hochkönig statt. Unser Ziel ist es eigentlich, dass wir die Kinder und vor allem die Leute in unserer Umgebung in Salzburg ein bisschen näher bringen, was die Sportart Buckelpisten wirklich ist. Und das aber auf eine Art und Weise, was mit Spaß verbunden ist und wo nicht der Wettkampfgedanke dahinter ist, sondern wo man einfach die Leute zeigt, um was es geht und die das probieren können und dann selber entscheiden können, das darf ich gerne oder das darf ich gerne nicht. Die Fortschritte, die die jungen angehenden Buckelpistenfahrer und Fahrerinnen an diesem Tag mit professioneller Anleitung und guten Tipps machen, sind enorm. Die Füße zusammen und deinen Oberkörper ruhig halten. Und wie ist das bei den Sprünge? Was muss man da aufpassen? Da muss man aufpassen, dass man jetzt schnell ist und dass man hinfällt oder dass man sich irgendwie wehtut. Ja, wir trainieren heute schon seit neun in der Früh und ich merke schon, dass es jetzt schon bergauf geht. Sie werden einfach schnell in den Beinen und das ist ganz wichtig. Ob Sie jetzt einmal auf der Piste fahren im Slalom oder im Wald, Sie werden halt viel schneller in den Beinen. Und das macht einfach mega viel Spaß. Und dass es wirklich mega viel Spaß macht, haben uns die jungen Teilnehmer auch bestätigt. Das Buckelpistenfahren ist halt voll lustig, weil du halt voll in der Natur bist und es macht halt voll viel Spaß mit den Freunden da fahren. Dass man so ein paar Mal in die Luft springt und dass man über jeden Hügel die Knie so einzurren kann. Die Organisatorin Melanie Meilinger konnte erst kürzlich ein Europacup-Rennen in St. Gallenkirch am Montafon für sich entscheiden. Sie bemüht sich seit einem Jahr intensiv, den Buckelpistensport in Österreich der breiten Öffentlichkeit besser zu präsentieren und junge Talente zu fördern. Also man muss sagen, die Sportart Buckelpisten ist in Österreich leider noch ein bisschen im Dornröschenschlaf. Aber wir haben das in den letzten Jahren eigentlich schon gut wieder aufgebaut, dass es wieder Fissrennen in Österreich gibt, Europacup-Rennen. Denn im Vergleich zu den anderen Ländern sind wir ein bisschen hinten nach, wenn man es vergleicht mit Amerika oder Kanada, weil da hat die Sportart einfach einen ganz anderen Stellenwert. Und wir sind aber, Österreich ist eine Skination und unser Ziel ist es, dass wir auch da hinkommen, wo die anderen Nationen sind. Weil genug gute Sportler haben wir und es fällt jetzt nur noch ein bisschen an dem Drumherum, dass es auch in Zukunft erfolgreich wird. Zum Glück gibt es aber jetzt schon Personen und Firmen, die diese Sportart und solche spektakulären Events gerne unterstützen. Na ja, einerseits ist die Melanie von uns, vom Hochkönig, eine Local. Und andererseits sind wir ja selber auch ein kleines Randgebiet mit nur Naturschnee und einem kleinen Pistenangebot. Das ist aber super beieinander und da passt es so gut rein, dass es bei uns noch die Buckelpisten-Challenge ist. Man kennt die Sportart eigentlich kaum mehr, aber so, wenn man sieht, wenn die Kids da Gas geben und nachher am Schluss auch noch rauszuhupfen. Und wenn man dann schaut, wie weit die Melanie mit dem tollen Sportart gekommen ist, ja, bin ich schon ein Fan. Und weit kommen möchte die 25-jährige Buckelpisten-Akrobatin noch auf jeden Fall. Das nächste große Ziel ist Olympia 2018. Da habe ich eigentlich von Anfang an hingearbeitet und das wird auch jetzt in den nächsten Jahren noch so sein, dass das das große Ziel ist. Und wenn das erreicht ist, dann stehen eigentlich alle Türen offen und dann schaue ich, wie es für mich weitergeht. Mit solchen Vorbildern und so vielen jungen Talenten kann es mit dem Buckelpisten-Sport in Salzburg und damit auch in ganz Österreich nur steil nach oben gehen.